Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 72. Nummer 72. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Auf dem Brot isst Apfelmarmelade. Auf dem Brot isst Apfelmarmelade. Det er epplesyltetøy på brødet. Paul sitzt auf dem Ostertisch. Paul sitzt auf dem Ostertisch. Paul sitter på påsgebore. Mein Freund wohnt im zehnten Stock. Mein Freund wohnt im zehnten Stock. Vennen min bor i 10. etasje. Dieses Gemüse wächst in unserem garten. Denne grönnsaken vokser i hagen vår. Danke für die Erdbeeren. Danke für die Erdbeeren. Tack for your barnen. Die Frau fotografiert einen Teller. Die Frau fotografiert einen Teller. Kvinnen fotografierer en tallerken. Das Mädchen sitzt mit seiner Katze auf der Fensterbank. Das Mädchen sitzt mit seiner Katze auf der Fensterbank. Das Mädchen sitzt mit seiner Katze auf der Fensterbank. Die Jenta sitter i Vinduskarmen med Katten sind. Die Arbeit mit Holz ist mein Beruf. Die Arbeit mit Holz ist mein Beruf. Å jobbe med tre er jobben min. Olivia geht zur Pediküre. Olivia geht zur Pediküre. Olivia geht zur Pediküre. Olivia går til Pedikür. Auf dem Brot ist Käse. Auf dem Brot ist Käse. Auf dem Brot ist Käse. Der Oste på Brød. Vergiss bitte nicht diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns ein Like. Ja. Bis zum nächsten Mal.